So, guten Morgen, willkommen zurück zu Forsaken. Ja, wir gehen mal kurz in die Option, zu Sound. Bitte sehr, der Herr. Ja, Biker-Speech ist schon... Noch weiter kann ich's nicht aufdrehen, aber ich setze... Weil ich könnte ja im Prinzip... Alter, wenn ich das Schussgeräusch verscheißen würde, ich mach's mal 50. Oh, wenn du das machst, dann wird's doch viel lauter und so halt. Ich will ja laden, nö. Für den komischen Spaß... Oh, Staatsbank, 32 Minuten, wir suchen mal kurz. Äh, 1977, 2079, 2182, da haben wir's schon. Perfekt. Ich wusste natürlich die ganze Zeit, dass es da ist, aber es ist jetzt ein bisschen laut auf meinem Kopfhörer. Echt auf meinen nicht, das ist scheiß Kopfhörer. Und ich wusste den Code natürlich von Anfang an. Ich wollte nur mal wissen, ob ihr das auch wisst. Also wahrscheinlich ist der jetzt falsch. Er ist falsch. Äh, was? Was? Ich muss mich verarschen. Welcher Code war das, wo der geblinkt hat? Ach, sag ich, sieh, die muss die richtige Farbe noch finden. Oder die richtige Drehweise. Dann nur Stunden dauern. Ich hab ja so viel Munition auch, deswegen... Tür aufgeschlossen, ne, also. War doch ein Kinderspiel. Tür wieder abgeschlossen. Ha, Pech gehabt, geht nie wieder auf. Zielerfassung, nein, echt? So wahrscheinlich jetzt immer noch alles andere viel zu laut. Und ich hab... Das ist 80 Frams. Gehst du weg? Ist doch böse. Das darfst du nämlich nicht. Nein, das sind nur die Kleinen. Das sind die haarlosen Flieger, die, die mich gleich töten werden. Oh, ich bin ja auf dem letzten Leben. Ich sollte aufpassen. Raketen, Raketen. Wir safen erst mal voll ab, ne? Also so. Voll, ne? Hauptzahl voll. Hey, hier hat er mir die Tür aufgestemmt. Das war bestimmt der unglaubliche Hulk. Grüner Code, okay. Oh, das kann ich mir nicht merken. Wie ist das denn? Ziemlich mies. Aber ich bin ja der Überpro... Wahrscheinlich kommt nachher noch einer und... Ey, wenn du lädst, wird der Spielstand auf leicht zurückgesetzt. Deswegen kommst du auch so gut durch, du Noob. Weiß man doch. Und da macht mein Schutzschild schon wieder. Tschüss. Ganz zumindest ein bisschen. Da liegt Gold! Gold! Kann ich den Siedler gut gebrauchen. Nein, das ist definitiv nicht easy. Nehme ich mal mit für Siedler. Ha, sogar vier Bar. Mehr nicht? Hm. Okay, da war das doch jetzt nochmal Gegner zu bauen. Aber das war mir den noch, ne? Wir haben einen verborgenen Bereich. Ah! Was bist du denn? Bist doch kein verborgener Bereich. Ne, ich bin ein Gegner, ich töte. Oh. Ich wollte doch bloß wissen, was da hinten ist. Da hinten ist mein Arsch. Und ich hab ein Standbild, warum auch immer. Und doch mehr Gegner. Hooray. Das hab ich mir gewünscht. Ich hab das schon ein sehr merkwürdiges Geräusch gehört. Ach nein, das ist ja mein Charakter. Snum, das bin doch ich. Toll. You are yourself in Extraliefe. Cool, ich hab ne Extraliefe. Und Position. Bin ich aber voll dafür. Seid ihr auch dafür? Ist mir egal. Das ist mir scheiße. Hey, hört ihr das? Gegner. Oh, was Neues. Was Neues. Was Abwechslungsreiches. Zum Glück können die keine Raketen verschießen. Und scheinbar auch die Türen nicht öffnen. Sehr gut. Ah, jetzt steht das Spiel wieder. Was ist? Sprich Deutsch, was du mir willst. Kack, Ausländer. So. Wir machen das Ding mal aus. Wir machen das Ding mal aus, sag ich. Und. Lass das Spiel mal wieder stehen. Warum auch immer. Aber scheinbar wird's nicht unsynchron. Und daher können wir das ja mal am Arsch vorbeigehen. Hier geht's heiße, Baby. Ich bin echt heiß. Ich bin heißer, was auch immer. Ich hab ja noch nicht so genau herausgefunden, was ich bin. Nein, da hinten wäre ich blau. Da ist. Sag mal, dich hatte ich doch schon getötet, oder nicht? Wow. Habt ihr gesehen, wie ich voll abgehe? Ich wollte überprobieren. Ich bin voll ausweich und voll stylish Skill hast und so. Mal aus. Vielen Dank für die Blumen. Ähm, ja, Blumen. Wir saufen ab. Restart-Position aktiv fadet. Wie nein? Ach, so viele Möglichkeiten kannst du da nicht geben. Hä? Was? Aber das war doch so. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, oder? Ach, nö. Wächst nicht. Laden wir. Ach, in der Mitte fing das an. Sagt mir das doch mal einer. Wieso sagt ihr mir das wieder nicht? Ihr stinkt. Aha, die Tür ist auf. Die Tür ist aufgeschlossen. Ach ja, richtig. Wir müssen sie aufschießen. Diese gefährliche Holztür. Sieht zumindest aus wie eine Holztür. Es ist kein Holz. Es ist passiv Stahl, du. In Holzlackierung. Guck mal, alles Gute kommt von oben. Voll in die Frisse. Von oben. Oh, ich hab die Waffe gewechselt. Holschau. Was soll denn das heißen? Dass ich die falsche Taste gedrückt habe, oder was? Wirst du mir sagen, ich drück die falschen Tasten, oder was? Dass ich die Zähne ausschlagen bin. Nein, Projekts will ich nicht. Seht ihr, so öffnet man Punk-Tresor. Ihr kennt Vergleich, dass ein Punk-Tresor ist an der Frisur, ne? Dann schießt einfach mal dagegen, dann drehst du das Rad und es geht auf und man kann rein. Ey, cool, ich treff irgendwas, das... Ich hab übrigens auch keine Raketen, wie ich feststelle. Es war gar keine Raketen. Ähm, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich schau mal mein Nitro rein. Das klingt so, als wenn da wieder was wär, da ist auch wieder was. Ha, schluck das! Ui. Und schluck das! Könnte einen Moment dauern. Ich kann übrigens nicht zurück, das ist auch eine sehr gute Sache. Ich hab gleich keine Panzerung mehr. Ja, kommt her, jetzt hat jemand eine Falle gefangen. Kann ich da durchschießen? Ja, fast. Aha, stirbt! Ihr könnt mir nicht... Ich will stehen. Ihr könnt mir nicht entkommen, mir und meiner gigantischen Todes... Moment, ich kann da durchschießen. Irgendwie. Irgendwie. Nein. War ein Bug. Wahrscheinlich war das Schilder nicht ganz geschlossen. Aha, jetzt stirbt! Jetzt stirb! Jetzt stirb! Gleich. Gleich. Jetzt oder. Stirb! Stirb! Treffe ich euch wenigstens mal. Lass doch wenigstens mal treffen! Du geh aus! Geh aus! Aus! Fui! Kann doch da eben... Ich kann da irgendwie durchschießen. Nein, so vielleicht, nein. Fast vernichtet. Sie haben so gut wie keine Chance mehr! Ja, da schaut ihr, ne? Wenn ich euch voll miedermähe, wenn ihr keine Chance habt. Eintreffer nach dem anderen. Die ich euch ein Schild auch... Habt ihr denn Schild? Und ihr habt, glaube ich, nur Panzer, oder? Ja. Könnt mich nicht stoppen. Haha, ich bin zu mächtig. Das wird langsam albern, glaube ich. Ich wünschte, ich hätte wenigstens Muck. Ich wünschte, ich will wenigstens Ding mal treffen. Na komm, tötet mich. Tötet mich! Verdammt! Seid ihr zu blöd, mich zu töten, oder was? Selbst ich könnte das! Na endlich! Hat ja lang gedauert. Ich bin übrigens auf dem Last-Leaver jetzt wieder. Ja, das denke ich mir auch, ist das. So, wo sind denn die beiden Freundchen jetzt hingeflogen? Nein, ist das, wo sie nicht hin? Ah, da. Ich lösche die Leaver jetzt aus, bevor später noch mehr von denen kommen. Und, tschüss. Pulsa! Ich bin ja nicht durch. Ich hab sogar wieder volles Nidro. Wie geil! Und hinab. Oder, ja, hinab geht's. Bei der Gelegenheit. Mal was Wichtiges erledigen. Mal sarfen. Das ist nie verkehrt, mal zu sarfen. Geh auf! Jetzt bin ich drin eingesperrt. Kommen die Türen hier nicht auch kaputt sein? Warum kannst du nicht sterben? Was sagt denn der blaue Code? Ist ja fast wieder der... Das ist doch fast... Das war jetzt aber nicht nett. Also, Mitte, unten rechts, oben links. Gut. Vergessen wir jetzt gleich wieder? Was ist vergessen? Hä? Ich bin doch genauso geistbehindert wie du. Ich kann gucken, die ist dann Video von so, ne? So vergessen? Bei der Mutter. Bei der Gelegenheiten. Viele Wunderraketen. Weil sich der immer immer so stolz. Was sich der immer natürlich so freut. Uiuiui, bunte Raketen. Uiuiui. Uiuiui. Ist nichts. Sismus. Uiuiui. 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 Jetzt bist du alles, was man mir entgegenwirft. So, kleiner Turm. Noch mehr bunte Raketen. Viele, viele bunte Raketen. Einhundert Raketen. Gut, jetzt nochmal... Zehnmal so viel. Nochmal zehnmal so viel. Und... Ja, so kriegt man die Trühe übrigens auch von innen auf. Also, wenn ihr mal so eingesperrt seid, einfach mit eurem Raumschiff mal drauf schießen. Oder Motorrad. Was auch immer genau das jetzt ist. Frisst das. Und frisst das. Und... Was sind die jetzt? Ui, ist ja zwei, ne? Das erhöht natürlich den Aufwand. Um zweifache. Soll ich vielleicht nicht so da rangehen, an einen Gegner, der eine Art Stoßflinde hat. Oder was auch immer genau das ist. Ah. Spiel steht. Sagt dir dazu nichts. Zu zählt. Ich bin wirklich voll schwul, ey. Ich bin Dämon. Ich weiß es, ey. Ich bin nicht selbst schwul. Was ist denn der Spasti? Du bist geistig behindert. Was ist denn Ace-Noob? Scheiß stinkende Ace-Noobs. Verpisst euch von meinem Kanal, ihr stinkende Ace-Noobs. Ach, leck. Nein. Moment, so. Dann oben und dann unten. Hä? Ah. Ist da eben was gespawnt? Nicht hier. Aber hier eine Tür. Boom, tot. Was war lustig. Hui. Hier. Ja. Wie gesagt, wenn ich davon 100.000 oder so hätte, wären die sogar effizient. Hm. Oder wenn sie zielsuchend wären. Also, äh, wie? Was? Wo? Was machst du denn? Du da. Auf deine Mutter. Oh. Das sind andere Rakete. Das sind Mucks. Die will ich mal noch behalten. Haha. Und er ist tot. Seht ihr, wie ich das mache? Wie ich diese Kleinigkeiten erledige? Brumm. Brumm, brumm, brumm. Oh, guck mal ein Turm. Höh. Sol die rassistische Scheiße. Finde ist so lustig, was? Solaris. Huuu. Ich spiele, steht, äh. Ich stehe krass an der Wand, äh. Weißt du? Dann stecke ich deine Füße in die Zemente. Und dann bin ich auf der Falschungsteile. Nenn du schlafen bald die Fische hin. Kapische? Munition. Ey, was? Was reden du da? Doni machen die Fische futter. Oh, Feuer. Da geht's heiß her da drin. Das ist ja echt eine heiße Party. Boah, ich bin so froh, dass Alarmstuhl. Äh, Tiberium Sand sind nicht auf. Was du nehmen lässt, da gehst du nicht wieder Flammenpanzer. Und, ja, wenn man, komm mal, ich gucke, eins Let's Play noch kennt. Äh, also niemand. Höh, du machst auch Let's Plays? Musst du doch gar nicht. Ähm. Ja. Wer weiß, was mit schlechten Witzen Flammenpanzer ich so kann, ne? Also. Höh. Höh. Sag doch, dass du da bist. Hab ich die nur nicht übersehen, oder bist du gerade eben spontan gespawnt? Spontan gespawnt. Bist du spontan gespawnt? Höh. Hör doch mal auf jetzt. Geh weg. Ich sehe jetzt keinen Rundkurs. Also ein... Lasst euch ins Gesicht schießen und sterbt. Man, bin ich gut. Mein Penis ist so lang. Kann ich, muss ich da drauf schießen? Soll ich da drauf schießen? Einmal noch. Und dann? Wenn du das doch einmal machst, zaube ich dir voll einer aufs Maul. Ich glaube, den anderen habe ich nur bestätigt. Aber das ist ja gar kein Ding nicht für mich. So chillt, so chillt. Ich habe 2er 55. Mein Schutzschul ist so groß, baby. Das glaubst du gar nicht. Feuerwand. Weniger feurig. Das war eine Wasserwehr, war das? Die wehrt mit Wasser. Die Feuermär mit Feuer. Deswegen, wenn es brennt, ruft auf keinen Fall die Feuerwehr an. Wir schritten nur Öl ins Feuer. Kann ich die auch auf den Feind anwenden? Der Verrückte? Ist das jetzt eher gut oder eher weniger so gut? Was glaubst du? Ich glaube, meine Frage wurde gerade beantwortet. Und dann stürzt das Spiel ab. Moment, wir hatten ganz vorne irgendwo gespeichert, oder? 51. Sieht doch gut aus. Und irgendwie passt die Uhrzeit nicht, glaube ich. Wenn es die Uhrzeit ist. Weil wir haben es jetzt nicht nur 31. Boah, es stirbt doch. So, jetzt zarten wir nochmal ab. Und zwar voll krass auf dem zweiten, baby. Schauen wir uns hier um. Nur hier ist nichts. Und tschüss. Kommt der auch raus, wenn ich... Hey. Dingsbombs. Was ist es? Keine Ahnung. Gold schnappen und raus. Oh, das frisst mein Schild. Achso. Das heißt, die Tür ist verschlossen. Mut ist der Schlüssel? Was soll das jetzt heißen? Oh, jetzt geht es wahrscheinlich auch richtig. Nö. Hä? Hä? Ach, da hinten geht es zu lang. Oh, okay. Ein Crystal found so far. 17 Goldbahns found so far. 213 und 225. Vier Secrets. Man, bin ich gut. 52 Minuten. Ja. Hatte ich da nicht sogar... Kann man das zerstören? Ja, kann man. Los, ich frage. Hui. Yeah. Weil ich werde gleich nochmal neu starten, weil ich habe null lives. Nein, ich habe einen live. Soll ich es mit einem live probieren? Ich weiß nicht. Das wird nicht gut enden. Existens ist den Brückenausgang verschieden. Höh! Ich starte am besten gleich neu, bevor jetzt noch... Äh, was? Was ist die Hölle? Alles klar. Es wird sehr unangenehm, wie man wieder was zieht. Oioioioioioi. Okay. Ich darf auch nicht drunter durchfliegen. Merken wir uns gleich mal. Oh, schön. Weißt du... Weißt du auf? Hört ihr auf? Was soll denn das? Ihr seid böse... Weißt du... Wir sind nicht im Doom, wo einfach Gegner spawnen. Und er lasst das Heilige Scheiße Wird ihr euch das Feuer auch gegrillt? Nein, natürlich nicht Ihr werdet nicht gegrillt Ihr grillt höchstens So, unsere Brücke im oberen Deck aufgeschlossen Ja, schießt einfach alles tot Dann wird euch aufgetan So, das so ähnlich stand es auch schon in der Bibel Gott, wie ich Engelgänge hasse Wie ich Panzer hasse Okay, das kann man nicht, aber 18 Goldbars Und bald bin ich tot Ich hab DNA oder irgend sowas entdeckt Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Ein bisschen Ja, Garmover Ich kann lesen Nö, kann's nicht Oh, total meint, ist sogar noch ausgewählt Wenn ich hier technisch geladen hab Gefängnisschiff Lesen erst für dich schon Das, die VA-8 B VA-8 8 8 8 Lagere geheime bakteriologische Waffen an Bord Als ein Ausbruch Alles Leben an Bord Auslösung Voll mit Waffen Und zu gefährlich Zu vernichten Wie wird das Schiff Seitdem überrührt Die Proben dieses DNS-Virus Könnten sie Steinreich machen Ach Wieso ist das ein Gefängnisschiff Wenn da DNA-Proben und so gelagert sind Die Gefangenen sind die Proben Klar So voll umsichtig Den Nachbrenner rein Oh oh Egal mit dem Nachbrenner Den ich gerade drin hab Ist mir das alles Gleich egal Gut mal Ich hab den Nachbrenner drin Ein Afterburner Und Fick dich Braucht kein Schutzschild Ich hab mein Gesicht Das guckt alles ab Damit hab ich mal eine Rakete aufgefangen Als ich ein kleines Kind war So seh ich auch aus Ähm, was? Hä? Munition Aber kein Schussschild Schütze die Schilde Schütze mich Lass mich da runter Ähm Oh noch ein Gegner Ist Kann immer hoch Mensch Das ist ein bisschen Oh Hööö Hööööö Hööööh Ich kann hier So experiência Ausweichen Diese großen weitläufigen Areal v a8 voll am arsch ich nehme an hier kann ich nicht einfach durchfliegen auch nicht doch ganz gut muss ich sagen also ich habe kaum was bemerkt also es hat ein bisschen besuchen aber es sonst das ist voll nicht getroffen jetzt nur und goldberg ein paar gold fiktisch fiktisch eine mutter umsohn feuer jetzt heißt hey baby ist mal feuer für mich ich kann dir von hinten vorher geben von vorne auf keine ahnung so viele sind partei in amerika dann ist die das doch geht es noch geht es noch ein bisschen das alles was immer entgegenwerfen könnt von wertlose nutzlose jetzt mal hoch ist jetzt mal hochmann ich habe dna baby dna dna deutsche nationale arten hier ist gift überraschend dieses schiff gibt es gibt oh mein gott das war ein wirklich geiler nazi schiff ich wusste es immer ach fick dich wie soll ich nicht in diesen engen gängen magst du es nicht wenn es eng ist übrigens sind links drei leben teilt mir gerade das spiel mit das left links also links left